Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Video. Hallo, wir sind Trafftöchter. Wir spielen seit 2016 traditionelle Geigenmusik und unsere eigenen Stücke. Daher auf der Name Trafftöchter. Wir sind sozusagen die Töchter der Tradition. Aber wie echte Töchter bewegen wir uns auch von unserer Mutter der Tradition weg und schreiben unsere eigenen Stücke im Stile der traditionellen Musik. 2017 haben wir unsere erste CD aufgenommen, Liebeslieder im Rahmen der Möglichkeiten. Und jetzt ist es wieder soweit. Wir arbeiten zurzeit an der nächsten CD, Bordmusik. Natürlich haben wir für euch wieder coole Tanzstücke rausgepuckt und arrangiert und folgt es wieder mit spannenden Texten, die vielleicht nicht jeder kennt. Unser Arrangement, traditionelle Stücke aus deutschen Handschriften, liegen uns ganz gut am Herzen. Denn diese Musik ist nach wie vor leider noch schniedmütterlich behandelt. Und das finden wir schade, denn die Musik ist wunderschön und gehört auf jede Bühne. Es geht wieder mal um die Liebe natürlich, aber auch um eine rätelhafte Zauberspur hier. Lasst euch überraschen. Ihr könnt uns wie immer helfen, indem ihr schon die CD vorbestellt oder uns sogar noch ein bisschen mehr spendet, damit wir eine tolle zweite CD aufnehmen können. Und dafür kriegt ihr ganz tolle Geschenke. Wir haben uns wieder schöne Dankeschöns ausgedacht. Zum Beispiel könnt ihr eine bei uns gepackte Wundertüte bekommen oder wir schreiben euch ein Stück. Alle Informationen und alle unsere Überraschungen für euch, unsere Dankeschöns, findet ihr auf unserer Webseite www.trepptäuchter.com. Dort findet ihr natürlich auch alles weitere Termine für den Sommer zum Beispiel. Und wir würden uns sehr freuen, euch bald bei einem Konzert, einem Kurs oder auf dem Tanzbogen endlich wieder Leite zu trennen. Danke fürs Zuhören und danke für eure Unterstützung in den ganzen letzten Jahren. Und wir freuen uns sehr auf eure Spenden, freuen uns auf unsere neue CD, auf die wir selbst schon lange warten. Und sehen uns bald beim nächsten Tanzabend beim nächsten Konzert. Tschüss! 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 Vielen Dank.